Deutschland ist wieder ein Fußball-Weltmeister, was für eine Freude, weil wir die Welt kennen. Man sieht von ihm, ich helfe mal an, wir glauben sie alle, freuen sich mit Marcel-Chempern in der Aufmerksamkeit. Wir haben euch schon gesehen, der deutsche Meister geworfen ist, aber das hier kommt natürlich alles, was für eine Weltmeister gemacht wird. Ja, wahrscheinlich auch bei den Zentrum, die hat Marcel-Chempern, 19 in Italien, und das ist Bruttoinland, die Stadt und Landwirte, die Sie abgeliefert haben. Hier war ein gewisses Team, wenn Sie hier oder hier zu Tasskei, wie Sie da vorhin fragt, das war der Volk, der schon über 30.000 ist. Sie haben ja schon erfahren, dass viele, also die Bezirksberge, also es hat alles gemacht, weil wir im Jahr 2010 sind. Erstens. Die Bezirksberge, also die Bezirksberge, also die Bezirksberge, also der Zeitprogramm in den drei Jahren zu der Stadt, wir sind im Jahr 2010, im Jahr 2010 ein, und was wir hier eigentlich sehen, sind, den größeren Rüge, die wir hier in den Breast Neukoteknack ist, deshalb ist es der Kapitur zu sehen. ... und sind hier durch die Höhe und Ecken, die wir hier einmal durch die Stadion... ... und hier in der Stadion... ... und da ist normalerweise eine Aufgabe für mich im Fahrrad, was der Schweister noch mal gerade eben gesehen hat... ... und hier in der Kusschen vom Master... ... und jetzt werden Siege in den Prognügen... ... und hier in die Höhe, in die Höhe und 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 in die Höhe... ... und wir freuen uns natürlich ganz besonders mit... ... und ich habe es schon wieder ein Fußball-Albmeister bei der ersten Ausnahme... ... und alles wieder enttogiert auf dem Appelgangsschule... ... und hier im Zocker-Zickey Stadium... ... wo die Deutschen Weltkriege natürlich auch feiern... ... mit jedem Spieler der Nahrersacker... ... und hier haben wir den Kapitän... ... Michael Bader, der das Finale-Walle bei Fassius an 2002... ... damals kämpfisch beachtet... ... und man ist jetzt der größte Moment im Tag... ... und der Torreis in der Höhe und 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 in der Höhe... ... und im Finale der Europameisterschaft... ... und hier gegen Spahnrad jetzt wieder im Finale... ... und diesmal hat es geklappt... ... und 20 Jahre... ... ist Deutschland wieder... ... und der Fußball-Weltmeister glücklich angeziehen worden... ... der Jörg Rütt... ... es war ein tolles Turnier... ... das klingt so spannend gemacht... ... hier zu schauen... ... ein perfekter... ... ja... ...